Tell me lies, tell me sweet little lies und damit willkommen zurück zur vierten Folge von Telling Lies. In der letzten Folge sind wir schon sehr in diese ganze Greenstorm-Verschwörungsgeschichte abgestiegen. Wir vermuten, dass unser lieber David irgendwie versucht, da mit so eine Brücke zu blockieren, wenn nicht sogar zu sprengen. Vielleicht ist es sogar diese Brücke, die wir hier sehen. Sollen wir mal nach Brücke suchen? Ja, ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir suchen können. Achso, da ist das drauf. Datenbank-Server. Was ist denn Retina-Doc-PDF? Achso. Das erklärt mal, wie das Ding funktioniert. Ja, wir sind bisher ganz gut durchgekommen. Nur Loser lesen die Bedienungsanleitung. Na, was sollen wir denn suchen? Wir können mal schauen nach, ähm, Harry. Aha. Well, hello, Harry. Long time. Yeah, well, I've been away on a desert island for the last month when native, so. Thank you. Wow, well, just don't put your cock out on me, okay, Harry? So, listen, um, I need goodies. Yeah, well, it's for a big rap party. It's gonna be quite the party, so I'm looking at about, um, half a pound of candy, half a pound of Diet Coke. Was wollen Sie mit Cola oder mit Smarties? Tomorrow. Yeah, yeah, tomorrow. We're going out of town, so I need it by then. You look worried, Harry. You're starting to worry me. What's it, it's in code, right? Fifty? So, did you, uh, wait, you know how you get your prices up on me, though, right? Wait, look me in the eye? Look me in the eye? You how can you price yourself on me? No, look, hey, man, it's not even about the price. I don't care about the price. I care about whether or not I can trust you or not, okay? Because I'd be, look, I'd be happy to pay fifty. Let me just let that be known. You got it. Now, here's the deal, okay? You're going to meet me tomorrow at our favorite restaurant, okay? It's going to be one o'clock, my treat. Okay, wear something nice. Take that thing off, okay? Yeah. So, who is Harry? A droid dealer. Is it the other? Also the partner, who he had met before? No, right? I don't believe it. Yeah, you're looking pretty as always, Harry. I need you to track the girl, though. Okay, nobody's going to get hurt, okay? Okay, I mean, do I look like the kind of asshole that's going to hurt a woman? Yeah, I'm sure. No. Okay, she lives in Cleveland, Ohio, and I have a photo that I'm going to send you via signal. I think her name is Max, but what I need is an address. Can you do that? Max? Yeah? Yeah? Okay. Yeah. Harry? Hey, Harry! Hey. Hey, Harry. Harry. Just make sure no flags raise. Okay? Hey. Why does he always have such a wütend phone on the phone? Say it. Why don't you just call me the phone? Let me! Let me! Hey, Biddy. Come on, Harry. Yeah, Harry, nothing is gonna link back to you, okay? Hey, listen to me. You just make sure you guys leave it in the dead drop like I told you, okay? Wait, you trust me, right, Harry? You do trust me? Yeah? Look at me. Look at me and tell me. Good. That's good. That's good. That's an early fruit moment. Yes. That's a little bit of sounds. Thank you. Bill, bring your sits in a proper position and clap the table. Your mother wrote about you. I know, I told you I take care of things, okay? Yeah. Okay, so Max, let's have a woman who wanted to do this. Let's go to Max. What's that? What's that? What's that? Here? It says Max. Ah. That was my first boyfriend. The criminal, he did the tattoo himself, it hurt a lot. Yeah, or she told that he did not need his name or name. You do not trust me. Are you going to be one of my regulars? Yes. Did she start talking about Harry? What? No. With... Did she say David? Yeah. Okay. Well, not there anymore. No. You just turn up. Tip. Big. Bye. Wait a minute. Let's see if it's really at the beginning. Here? Here. I thought you said Harry. That's true. And that was when I met Max. I was attracted to him. He had thick, rich, strong hands. With scars he said he got from knife fights. There was a cop trying to blackmail him. Max suggested I proposition the officer, so I did. I took him to a room and let him have me. He used his necktie to tie my hands. He smelled of cigarettes and cheap aftershave. And he fucked me like he was hungry for it. Max was... He done with the camera. He waited till the cop was finished. And then he jumped out. He threatened to show the video to my father. And the cop stopped making trouble. And as a thank you, he let me keep the necktie. Green necktie? I've never told this story to anyone before. You better drink. You look thirsty. Ich bin voll heiß. Wie guckt sie mir so an? Gut. Sieht sie hier nicht mal passen. Herr Wieso? Also, warum hat sie jetzt am Telefon mit jemandem gesprochen und aber gleichzeitig das in der Webcam und scheinbar liebt? Also, ist es sich ja bewusst gewesen, dass es noch aufgenommen wird oder nicht? Sieht ihr nicht? Weird. Ach so, das ist noch ein Wieser. Was ist denn das jetzt? Ich brauche dir, dass du die Fälle machst, Max. Okay? Max? Maxine? Maxine Williams, oder? Ja. Deine Eltern wissen, was du machst? Maxine Williams? Okay, Max. Mm-hmm. You're gonna delete these fonts. Mine's bigger than yours. Okay. 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 I was in Stand Your Ground State. Hm. Fuck. Always wanted to do this. What are you gonna do? Fuck! What? What? You fucking... Bitch, you shot me! Crazy! Fine. I'm gonna do this one. I saw those videos yesterday. Hm? It'll take about a week before they can verify who you are, what you said. Start working on your story now. I'm bleeding here, okay? Don't worry. I rang the cops before I let you in. They'll be here soon and they can take you to the ER. Fuck! I told you I hate law enforcement guys. I can't believe I invited a bunch of them over. I better put some proper clothes on. Damn! Are you okay? In here! In here! No one move! Officers! Officers! I'm so glad that you're here. He broke into my house and tried to attack me. Sir! Don't move! Sir! I am... I am reaching for a badge. I'm a federal agent. Okay? Okay? Do you see that? Hm. Das wirkt aber auch jetzt so, als würde es vorher passiert sein, oder? Also, als würde... Als würde... Naja, weil eigentlich kann er ja... Also, wenn sie sein Gesicht gesehen hat, kann er ja nicht nachher Video-Chat mit ihr machen und sie checkt nicht, dass es der gleiche Typ ist. Es sei denn, man sieht in dem Video-Chat halt... Wie ist denn das? Man sieht doch normalerweise nicht... Also, die Cam-Girls sehen doch nicht die Typen mit denen sie chatten. Aber es ist erforderungsgesagt von dem... Sie müssen rausfinden, ob ich einen Cam-Girl finden in dem Mistack. Also, normalerweise ist es bei uns so. Oh, hoops! Aber sie hat doch vorhin schon irgendwas gesagt von seinem... Was ist eigentlich? Sein Blick oder seine Augen oder so? Ja. Irgendwas hat sie ja gesehen. Weird. Schauen wir mal, ob das auch mal an. Mein Mann... Ich habe deinen Max gefunden. Er sagte, dass sie in einem Polis-Report kam. Am nächsten Tag... ... das Report... ... disappeared. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ja. Ich habe eine Frau, David. Ja, ich habe eine Daughter. Das ist der Harry. Hm. Hm. Also, wer... Hatte sie denn jetzt irgendwas noch? Such mal nach Maxine. Ach so. Aber wahrscheinlich müsste die Suchmaschine das eigentlich auch... Ach, guck an. Ja. 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 Oh, my God. Wasser ist life. Jetzt haben wir diese Dühle Musiken vom letzten Mal auch schon so. Nein. Ich bin gut. Der hat oben nichts an, habe ich gesehen. Was habe ich gesehen? Fokus. Aber das hätten wir jetzt nie gefunden, wenn ich nach Maxine geguckt hätte. Schauen wir mal nach Maxine Williams, ob das noch etwas ändert. Das ist ja auch gefallen, ja. Er hat sich dann umgebracht damit und die Brücke gesprengt und deswegen... Schauen wir mal nach Stern. In der Alarm an einem Kind. Ja. 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 Das hat sie mit dem David gewebt ge harpiert. Das hat er doch auch nur so mit dem Mund gemacht. Mhhhh, stimmt. hat sie eigentlich also meinst du sie weiß was er während seinem an der cover job da machen muss bisher finde ich halt dadurch dass sie irgendwie auf dem auf dem cover von dem spiel mit drauf ist ist ihre rolle bisher ganz schön unbedeutend anderes ist auch noch nicht so ganz klar gut die dings diese max oder maxine hat jetzt den david da so hart angeschossen also irgendwie wirkt es so als verwendet er die ressourcen irgendwie vom fbi um die ausfindig zu machen weil sie noch eine alte rechnung irgendwie offen haben das wirkt nicht so als wäre das teil der normalen ermittlung sondern es würde das irgendwie auch gesagt gibt es auch der box und sowas würde er versuchen da privat jetzt haben wir eine tipp bekommen nichts als arbeit und kein vergnügen das hätte ich noch vor das ist das Algo will be playing twinkle twinkle little star by mozark wgw 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 Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh. Oh, wunderbar, wunderbar. Darmstein. Big? Was hat sie gesagt, gezeugt unter den Sternen? Du weißt, ich dachte, ich würde gerne Alba treffen. Ich fühle mich näher zu ihr, als sie einen Bruder oder eine Schwester. Dann ist der ihr Kind. Er ist da. Ach so. Sie weiß doch bestimmt nicht. Also er wird ja sowas gesagt haben, dass es seine Ex-Frau oder sowas ist. Und nicht, dass er noch an der Kameragent ist. Ich weiß nicht mehr so einen echten Namen. Naja, doch. Hatten wir nicht was aufgeschrieben. Ja, Daniel heißt ja, nicht David. Ja, genau. Okay. Nee, aber da hast du recht gehabt, sie ist schwanger. Oh, mein Name ist Star. Star? Mhm. Oh, wow. Hey, Star. That's a nice name. It's a really beautiful baby. Hey, 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 hey. Do you mind not... Sorry. Sorry. David, I told you, stay away. Eva, I just wanted to see her, okay? No, no, you don't get to see her. Listen to me, this is a public place, okay? I can... Get away before I call the police. I wanna help you, okay? Yeah, I wanna help you. Officer! Ava, come on! This man is bothering us. Please. I'll help you. Das ist ja dann schon viel später quasi. Krass. Das haben wir schon gesehen. Vielleicht sprengt er da auch nicht die Brücke, sondern die Pipe. Oder so. Ach so. Ähm. Ach so. Eine Firma. Oder suchen wir noch Erba, dass wir die noch zu Ende gucken. Well, you know, I mean, Alba loves having it there. Das ist die Grund, wie die Großmutter sprechen Sie jetzt, oder? Aber das klingt jetzt so, als wäre es... Ja, ich kann sagen. Ja, ich kann sagen. Hey, Laura. Ja. Ja. Ja, I heard you came to help my two girls, so I really appreciate that, Laura. Aber das klingt jetzt so, als wäre es eine gute Mutter. Ja, well, okay, we both have important jobs, Laura. That's our life now. Okay? Okay? Sorry. Okay. We can make this work. Ich weiß nicht, wieso, aber dieser... von ihm, wenn er so zuhört, der hat mich so total an Julius. Der hat auch mal so einen leeren Zuhörblick. Oh. So. Das ist jetzt die andere Seite wahrscheinlich. Okay, Mama, could you go check on Alba in the bathroom, please? Sure. Bye, David. No, you're not. And she's right. That's what's so infuriating. I got this. It's fine. You go catch some bad guys. Er betrügt dich. Ich frage mich das nur, dadurch, dass wir gesehen haben, dass er sich in die Luft gesprengt hat. Also vermutlich würde er das ja nicht überlebt haben. Er würde nicht mal vom Boot gesprungen sein oder so. Also diese Szene im Park mit dem... Prisee. Weil dann wirkte das so, als wäre dieser Plan mit, sie wollen die Brücke blockieren und so. Das wirkte so, als würde das schon bald passieren. Naja, das hat er gewirkt, als wäre das jetzt schon alles rum. Und er macht jetzt nachträglich noch was. I wanted Alba to be one of the more modern heroines, but Mama bought the costume, so... I love it. And she loves it. Oh, doesn't she look so pretty? Oh. Oh, she's so important to children and I wanted her to feel special. It's fine, Mama. Hey, why don't you go play in your room, sweetheart? Alba is fine. Look, Mama, this is a family. David is here and he's working. He's always working. Walks in the door and he expects me to have my best face on. Mama. You're never going to keep a man like you're keeping you so opinionated. I'll run the bat. Okay. You have to be here for Thanksgiving and the recital. Okay? I sent you the date. The Bureau was very insistent that we were a strong family unit. You'd think they'd want to make some effort to keep things that way. We should frame that report with our diplomas. We're both great at taking tests. I gotta go. Is she also an agent in the US? Is she also an agent in the US? Mm-hmm. Mr. and Mrs. Smith? Could it be? Angelina Jolie und Brad Pitt spielen in Mr. and Mrs. Smith ein Bankerbärchen? Ein Agentenbärchen. Das war im ORF mal so ein Quiz. Da muss ich sehr lachen, weil ich mir vorgestellt habe, dass die beide zusammen in der Bank als Bären arbeiten. Ein Bankerbärchen. Alba ist so happy to have her Meemaw hier. And I guess if she really is sick, then it's better that she's here instead of on her own in Texas. You know? Screw you. You don't get to be jealous. So legst du auch immer auf. Standard. Willst du noch was suchen? Ja, einen Begriff hätte ich gesagt machen wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wir könnten Laura suchen. Wer ist Laura? Die Mutter jetzt. Laura, it's David. Was ist sie da drin? No, I'm at work, remember? I'm sure Emma told you I'm gonna be home in a few weeks for a short visit though. Well, that's because my work doesn't look like normal work. Das habe ich nicht ganz so nicht aufgepasst. Wenn die Frau und die Tochter von ihm sprechen, nennen die ihn dann David oder Daniel? Ja, ich heiße Daniel, aber sie ist, also deswegen hätte ich gesagt David hier. Ja. Also die anderen haben ihn doch wirklich Daniel genannt. Ja, Papa oder so genannt. Also so klang es ja nochmal, als würde er nochmal bekräftigen, dass er jetzt hier gerade als David ist und sie soll es nicht verkacken so ungefähr. Hey Laura, I wasn't expecting you. You feeling okay? Das ist wo sie von der Couch aufhört. Is Emma there, Laura? Or? Nee, doch nicht. Ist Emma dann sein Frau? Haben wir das schon aufgeschrieben? Ja. Gut. Gut. Haben wir das schon aufgeschrieben? Ja, Schatz, wir haben uns das notiert. Ja, Schatz, wir haben uns das nicht aufgeschrieben. Das ist nichts auf der Couch, oder? Ja, dann wissen wir, was wir in der nächsten Episode suchen müssen, nämlich mal nach Paul oder so. Das seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn wir Telling Lies weiterspielen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.